ich bin gerannt so schnell ich konnte okay wenn da oben der boss ist geht das jetzt richtig los wer war das das war der anführer das war jetzt random das sieht richtig aus könnte deren kommando zentrale sein schwach gegen strom es hat jemanden erwischt sie ist wieder da vorsicht jetzt ich weiß uns wie die fähig ist shit ich glaube feuer wird bei dem nix oh fuck hier her feuerkund oh 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 der hat gezwiebelt nicht sein kopfding mal bitte wegballern da schießt noch irgendwer mit kein kopfteil mehr da war er da un das ist doch nicht der anführer das war der anführer das war nix wie sollten sie sonst maschinen überbrücken da war der hier schlimmer ok ok kiste alle vier kisten hier liegen ist das ein drache ach so eine maske ok ist verschlüsselt vielleicht kann ich ihn in der basis hacken was führen die hier sonst noch im schilder karte der umgebung eine karte wenn ich das richtig sehe führen alle straßen in den dschungel durch dieses dorf da ist ja klar worum sie es eingenommen haben das noch mehr kisten so wie es hier aussieht ist dieser ort wichtig für die tenakt anhänger aber die rebellen scheinen ihn nicht zu mögen diesen ort einzunehmen ist eine gute strategie der rebellen aber ich glaube es steckt mehr dahinter dieses dorf hat eine besondere bedeutung für den stamm das sieht auch sehr cool aus das klingt nach ärger ich sehe lieber nach was los ist ja das sind die anderen die jetzt angreifen wahrscheinlich gerade nehme ich jetzt mal ganz stark an ja ja das sind die andere sind die truppe die jetzt angreifen weil ich das tor aufgemacht habe werfen da sind echt die bösen wenn's da hinten wo da wo da Wo? Da. Nice. Hi. Ich habe den größten Teil schon zurückerobert. Ihr könnt jetzt chillen. So, nehmen wir auch noch mit. Ah, du wieder. Dafür schulden wir dir Dank. Hm, sehr schön. Hm, sehr schön. Hm, sehr schön. Das klingt, als kämt ihr jetzt allein zurecht. Ich gehe dann mal. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Sehr cool. Oh, wir haben Level Up. Das war sehr cool. Okay, dann haben wir hier ja noch ein so ein scheiß Lager. Aber wir haben ja erstmal hier noch die Quests. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch eine Runde Kürbel spielen soll. Was? Das ist schon nicht sehr spät eigentlich. Warte mal. Wir machen noch eh was heute. Und zwar... Genau. Gehe ich quasi zurück und gehe in die Base rein. Und gebe noch das ab, was wir jetzt geholt haben. Für Gaia. Ich denke, das ist okay. Eldenring machen wir auch die Tage weiter. Ich sehe dich, Streiterin. Bitte, setz. Es ist noch nicht vorbei. Jannen? Die klingen definitiv nicht nach Rebellen. Wenn ich ihren Spuren folge, sehe ich vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. Ja, gerade nicht. So. Der andere müsste jetzt auch schon hier sein, ne? Die Basis. Wie toll. Ich mag ihn. Er ist toll. Das ist voll toll, dass er hier ist. Wenn wir schnell lernen, helfen wir dir dabei. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, hm? Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Jeder Same wächst in seinem eigenen Tempo. Was nicht heißt, dass er nie blüht. Dein Tenaktfreund ist angekommen. Oh, sehr schön. Wo ist er? Ich habe gehört, ihre Krieger trinken Blut. Solltest wachsam sein. Ich denke, er hat in seinem Leben genug Blut geschehen. Ja, nee, der ist, glaube ich, raus. Ich habe ihm einste Zimmer gegeben. Er scheint Wert auf Privatsphäre zu legen. Ist er okay? Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut. Wir trainieren weiter. Hulen so schnell wie möglich auf. Ich träume, dass du an den Hilfen. Tja. Wie lange ist er das schon hier? Wenn du dich amüsiert hast, habe ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also, so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Komm mit. Okay. Aha, Übung. Ja, okay. Frach nicht. Oh, herrlich. Die alten bemalten ihre Gesichter also mit etwas namens Make-up. Ja. Wie die Kaja. Wieso? Keine Ahnung. Wie toll ist das? Ich finde das voll toll. Im Verhältnis zum ersten Teil, wo nur Eloy den Fokus halt hatte und so drauf war. Und jetzt sehe ich, dass die alle das so und denken so, oh geil. Das ist wie die heutige Jugend Handy oder so. Einfach die ganze Zeit am Handy. Guckt es euch an. Das ist einfach so geil. Weißt du, die wussten nichts von Technik. Jetzt nur Technik. Oh, geil Technik. Was ist das? Das ist so geil. Ich finde das toll. Oh, wie schön. Da brauche ich mal kurz einen Schluck drauf. Ja, ich rede kurz erstmal mit allem. Wo ist denn... Was ist denn das? Eloy, in der Kiste haben wir Vorräte gesammelt. Nimm dir was du brauchst. Wie geil. Oh, ho, ho. Ich nehme alles. Mega cool. Wo ist denn der andere? Also, wo ist er denn? Sehe ich das zufällig? Er hat ein Zimmer gekriegt. Hier war noch die Zimmer, oder? Oh, guck mal, die haben sogar... Lol, die haben sogar dekoriert. Guck mal, hier sind so Kisten mit so... Lol, hier überall. Jetzt sehe ich das erst. Da überall auch die Kerzen hier. Und da. Pflanzen angepflanzt. Wie toll. Also, ich finde das gerade voll schön. Guck mal. Ja, ich ahne auch wer. Oh. Das ist doch okay. Schön. Ja. Vollkommen okay. Vollkommen okay. Aber wie schön das alles aussieht. Dass die da auch so dekoriert haben und überall jetzt Zeug hingepackt haben. Finde ich toll. Hier auch die Blümchen. Das ist ein bisschen random, das so in dem modernen Ding hier zu haben, aber ist okay. Also haben wir das als Lager hier benutzt, oder was? Hier lagern sie einen Haufen Zeug. Wobei, ne, hier pennt jemand anscheinend. Ah, hier pennt auch jemand. Okay. Das ist, das finde ich mega cool, dass sich das auch wirklich verändert hier drin. Das ist das. Oh, was? Jetzt ist aber ein Dinosaurier angekommen. Cool. Ich finde es cool, dass sich das halt wirklich verändert. So, das finde ich echt schön. Jetzt habe ich, da habe ich noch die Ahnenzimmer. Warte mal, warte mal, da drüben sind wir jetzt. Jetzt muss ich mal gucken. Also, wenn die ein Privatzimmer haben, ne? Hier ist ja alles Dichte, hier ist auch alles Dichte. Was das ist, weiß ich gerade nicht. Ich gehe jetzt mal zu dem anderen noch. Mit dem rede ich zuerst. Der wollte ja auch ein Privatzimmer. Das ist ja vollkommen okay. Hier ist er. Der Raum sieht jetzt anders aus. Warst du das, Gaia? Ja, ich habe die Displays umfunktioniert. Du kannst jetzt die Bootstätten verfolgen, von denen du Daten hast. Cool. Ah, guck mal, er ist auch schon dabei. Oh, guck mal, hier, er guckt. Oh, Handy. Oh, Handy. Oh, krass. Oh, Technik. Aber er redet. Und er guckt sich das alles an und findet das sehr faszinierend. Die anderen sind halt so tipp, 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 tapp, tipp, tapp. Ne, machen, machen, machen. Und er ganz in Ruhe guckt sich das an. Finde ich voll toll. Okay, die könnte ich jetzt sogar mir noch freischalten. Hier ist irgendwas lecky. Oh, wenn es ein Donnerrücken wäre. Ja, da würde ich sagen, Überbrückung herstellen, oder? Let's go. Okay. So, jetzt reden wir erstmal mit ihm hier. Präniere den Körper. Präniere den Geist. Aloy. Na, wie geht's? Alles gut? Ich schätze, du hast eine Menge Fragen? Ich wurde über den Feind und seine Absichten informiert. Deine Freunde zeigen mir die Vision, die du hier aufbewahrst. Ja, ja. Und gab mir diesen Fokus. Ich gebe nicht vor, alles komplett zu verstehen. Ich muss nur wissen, wo ich trainieren und wann ich kämpfen muss. Na, dann willkommen im Team. Oh Gott, viel zu reden. Das Hauswerk war vor langer Zeit deine Heimat, dass du Teil des Himmelsclans warst. Ja. Mehr willst du nicht sagen? Na gut. Wie du meinst? Ähm, man muss ihn halt bis aus der Nase ziehen. Meine Eltern wurden bei einem Clankampf getötet, also wuchs ich bei meinem Trupp auf. Als ich älter wurde, machte ich mir einen Namen als fähiger Kämpfer. Tekote war mir besonders zugetan. Ich kämpfte an seiner Seite gegen die Kajar und führte meinen Trupp auf einer gefährlichen Tour in den Schrecken. Ich war es, der von der Ostseite die Tore von Fahnlicht öffnete, sodass die Tennaktes zerstören konnten. Hat dir sicher Aufmerksamkeit verschafft. Allerdings. Ich wurde zu Hause begrüßt wie ein Held. Und ich war zufrieden. Warum bist du gegangen? Ich wurde zum Marschall. Wieso hast du den Himmelsklan verlassen? Um Marschall zu lernen. Background-Story liebe ich. Ich wurde von Tekote zur Kulrut entsandt. Damals hätte ich jeden seiner Befehle befolgt. Ich glaubte ihm, wie man einem Vater glaubt. Ich war zu blind, die Angst in seinen Augen zu sehen. Angst vor einem aufsteigenden jungen Krieger, der die Führung beanspruchen könnte. Ich kam als Held von der Schlacht bei Fahnlicht zurück. Doch für ihn war ich nur eine Bedrohung. Es kam ihm nicht in den Sinn, dass ich kein Interesse hatte, weiter aufzusteigen. Wieso dachte Tekote, du würdest keine Bedrohung für ihn, wenn er dich zur Kulrut sandte? Tekote wusste, dass wenn ich die Kulrut überlebte, gezwungen wäre, den Clan zu verlassen und den Tennakt zu dienen. Ich hätte seinen Befehl nie anzweifeln dürfen. Selbst wenn ich gewollt hätte. Nach unserem Sieg bei Fahnlicht sprach Tekote zu unserem Volk. Es sei egoistisch, Hecaro und den Marschallen einen Krieger wie mich vorzuenthalten, obwohl er genau wusste, dass ich nicht die Absicht hatte, je fortzugehen. Es war im Exil, getarnt als Ehre. Toll. Ja, ganz toll. Als, dass ich nicht ausschlagen konnte. Also wurde ich Marschall und blickte nie zurück. Tut mir leid, was du durchgemacht hast. Du bist voll leid. Tut mir nicht. Obwohl es mich damals schmerzte, war es mein Schicksal, Marschall zu sein. Als wir beim Bollwerk waren, erwähnten die Wachen etwas von den Flügeln der Zehen. Hecaro erwähnte es auch bei der Kulrut und Dekka auch. Was heißt das? Den Visionen nach flogen die Zehen auf großen Metallmaschinen mit Flügeln und stürzten sich aus dem Himmel in die Schlacht. Für uns ist es der höchste Ausdruck kämpferischen Mutes, dies nachzumachen. Und deshalb springen die Herausforderer bei der Kulrut in die Arena. Als Kind habe ich mir das oft vorgestellt. Das Gefühl von Freiheit und die Ehrfurcht, die es bewirkt haben muss. Was hat Häuptling Hecaro gesagt, als du ihm sagtest, dass du zu mir stößt? Du hast beim Hain Rebellenblut vergossen und geholfen, die Clans zu einem. Viel mehr musste nicht besagt werden. Er hat es verstanden. Na dann. Welch Ehre, dass er mir seinen besten Marschall ausleiht. Wenigstens eine Zeit lang. Wie wahr. Ich mag ihn. Er ist schon eigentlich sehr lieb. Was siehst du dir da drüben an? Die anderen haben mir geholfen, die Symbole zu entziffern, die der Fokus zeigt. Also habe ich versucht, die Waffe zu verstehen, die du gegen den Feind einsetzen willst. Dieser Hephaestus. Ist er in der Lage, Maschinen herzustellen? Die Gaia gehorchen? Ja. Wie viele? So viele wir brauchen. Unendlich viele. Solche Macht. Hat die Welt je dergleichen gesehen? Viel größere Macht noch. Das ist dann, also, zur Hochzeit war das ja dann, war cool. Aber, also ich, wenn ich sehe, was die Typen von Farsinev, wo die wieder kamen, ne, war das Farsinev? Die Typen aus dem All, ich weiß gar nicht mehr, von welcher Truppe die kamen. Die Technologie, die die jetzt haben, ist ja auch nochmal eine andere Kaliber. Stell dir mal vor, die würden komplette Schiffe bauen und das alles nur vom Orbit aus bombardieren. Wahrscheinlich könnten sie es bauen, ne? Das würde natürlich trotzdem dauern, aber mit der Macht von Gaia könnten sie das wahrscheinlich in Puh. Das sind Waffen anderes Kalibers. Hast du irgendwelche Fragen? Ich gebe zu, es fällt mir schwer zu begreifen. Aus dem Himmel und unverwundbar. Noch. Ich überlasse die Strategie dir. Du wirst meine Klinge einsetzen, wo sie am tiefsten schneidet. Du hast jetzt einige Zeit mit dem Trupp verbracht. Was denkst du? Ich war etwas überrascht, hier eine Routaru zu sehen. Bauern sind keine effektiven Soldaten. Es heißt, sie vereinte Mitglieder ihres Stammes gegen die Karja und kämpfte sich bis nach Fahrlicht durch. Interessant. Vielleicht irre ich mich. Ich sollte los. Du kannst gerne Hecaro und deine Leute besuchen. Die Türen stehen dir offen. Das werde ich. Mögen die Zehn mit dir sein. Okay, das ist so gut. Gucken, was ich mit Arne jetzt reden kann. Ihn hebe ich mich bis zuletzt auf, weil ich glaube, das wird sehr lustig, das Gespräch. So. Ähm. Ja, nein. Komm. Wow. Ihr erwacht langsam alles zum Leben. Mhm. Mega Teil. Ja, und Gaya hat alle Daten, die sie in deinem Fokus hat, in diesem Archiv platziert. Mit den Fokussen von dir können wir beliebig darauf zugreifen. Du weißt schon, lernen und trainieren. Und wenn du uns brauchst, werden wir an deiner Seite kämpfen. Okay. Danke, Val. Oh, ja. Es gibt was zu reden. Die Sinef. Genau, Fahr Sinef. Doch, war das. Ich lag wohl falsch bei den Sinefs. Ihr Schiff explodierte nicht auf dem Weg nach Sirius, wie alle dachten. Sie logen, als sie von einer besseren Zukunft in ihrer Startanlage sprachen. Sie logen wohl auch über das Schicksal ihres Schiffs. Mhm. Und trotzdem. Ein Stamm, der sich unter den Sternen niederlässt. Ich konnte ihre Schilde nicht mal zerkratzen, Val. Ein Sinef hätte mich fast umgebracht. Das hielt dich nicht ab, Gaia wieder zu erwecken. Es wird uns nicht aufhalten, Hephaestus gegen sie zu nutzen. Hoffen wir, dass das reicht. Wie läuft das Training mit so? Wir trainieren wirklich. Meistens. Sie liest Glyphen bereits schneller als ich. Ich wäre nah, die Hilfe auszuschlagen. Natürlich. Mhm. Ich habe die beiden ja immer ein bisschen gechippt. Aber na, okay, wenn die zwei jetzt, das ist ja auch, ist ja okay. Oh, da ist noch was. Reicht ihr etwas da drüben? Wir sind alle Protokolle durchgegangen, die du im Nora-Gebiet gesammelt hast und im Berg der Urmutter. Schwer vorzustellen, dass meine Vorfahren darin eingesperrt waren, ohne dass sie das Wissen von Apollo leiten konnte. Dank Ted Farrow. Ja, wie es sich wohl angefühlt hat, als sie endlich frei waren. Hm. Die Welt kam ihnen sicher wunderschön vor. Oder angsteinflößend. Sie waren fast noch Kinder. Und wurden zu einem eigenen Stamm. Hä? Das ist schon faszinierend und unheimlich irgendwie. Du hast wohl mit Kotalo besprochen. Ich wollte meinen Respekt für jene zeigen, die beim Überfall auf die Gesandtschaft fielen. Ich sagte, ich hätte noch niemand gesehen, der sich so auf eine Maschine gestürzt hat. Er meinte, Krieger sollten nicht für die Erfüllung ihrer Pflicht verehrt werden. Ich dachte schon, ich rede mit meiner Mutter. Hätte nie gedacht, dass ein Tenagd und eine Kriegsherrin der Nora so viel gemeinsam haben. Ich schätze, Talana ist nicht lang geblieben. Genau so ist es. Was diese Amaris wohl getan hat, um sie derart zu beeindrucken? Was immer es war, sie hat es mir nicht gesagt. Muss eine ziemliche Geschichte sein. Sie wird es uns erzählen, wenn sie bereit ist. Aber ich muss kurz gleich mal was gucken. Wir haben alle noch unsere Probleme. Er entflucht definitiv am meisten. Aber ich hoffe, die Sturheit der Oseram siegt. Klar. Natürlich. Wie läuft es denn so? Sie sammeln noch Eindrücke. Bis jetzt hat keiner die Nerven verloren. Das ist doch gut. Positiv. Könnt ihr das vorhalten, wenn ich weg bin? Wenn Eren diese gleiche Musik nicht immer und immer wieder hört, vielleicht. Wir kommen klar. Warte mal, ich muss mal eben. Ähm... Ja. Ja, ist klar. 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 Wie sieht es so aus? Titelung. Ich schau. Ja. Er hat gerade noch irgendwas anderes gesagt. Ah, ein Name. Aber der Name sagt mir gerade nichts mehr. Hm, okay. So, ähm, sie. Hi. Wahl mag wohl seine Trainingspartnerin. Lernen kann man am besten gemeinsam. Okay, das hatte ich schon mit ihr geredet. Hier geht's was Neues. Du hast dich eingewöhnt. Gaia sagte, dieser Ort wurde für uns erbaut. Damit wir die Kontrolle über unser Land zurück erhalten. Mit ihrem Terraforming-System. Es pflegen, wie die Landgötter es mit den Feldern in Reinklang tun. Es scheint mir seltsam, dass ein Ort des Lebens derart voll ist von... Metall. Hm, ja. Das war früher so. Hast du mit Kotalo gesprochen? Ein paar Worte. Tenakt können mit uns Fremden nicht viel anfangen. Du musst ihn sehr beeindruckt haben, dass er dir seine Treue geschworen hat. Ich nehme an, du hast schon Erind kennengelernt? Natürlich. Jeder Freund von Val ist auch mein Freund. In diesem Fall ein sehr lauter Freund. Aber ein total lieber Freund. Also wirklich. Heloja und Erind wird sich auch über sich stimmen. Gut, ich sollte aufbrechen. Ich sollte wohl weiter trainieren. Wobei Erind eher so der Kumpeltyp ist. Erind hat halt eher so den Kumpeltyp. Aber ich finde ihn trotzdem toll. Ich weiß nicht, warum. Er erinnert mich mega an Marco. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Hey. Hey. Hübsch hier. Mhm. Also, ich habe das nicht gebaut oder so. Stimmt. Ich verstehe, warum du... ...gezweifelt hast, ob du uns mitbringen solltest. Aber ihr kriegt es doch hin. Aber keine Angst. Ich komme schon klar. Gut. Wirklich? Sicher? Ich hatte gehofft, du könntest mir bei etwas helfen. Es geht um die Tenakt-Rebellen. Und es hat mit den Oseram zu tun. Wirklich? Das klingt gar nicht gut. Sag mir, wie ich dir helfen kann. Oh, so viele. Okay, fangen wir, fangen wir hier an. Gewinnst du dich gut ein? Val hilft mir dabei, einen Überblick zu bekommen, wenn er nicht gerade schweigsam ist. Hm. Keine Ahnung, warum er so nervös ist. Wegen der Gaia-Frau oder wegen unserer neuen Otaro-Freundin? Was ist mit der Garde? Solltest du sie nicht im Osten herumkommandieren? Ich schickte einige von ihnen mit einer Nachricht nach Meridian. Ich bezweifle, dass er wahrt, was dagegen hat, dass ich der Retterin von Meridian hier helfe. Hm. Na, wahrscheinlich nicht. Talana ist in die Basis gekommen? Er hat dran vorbeigekommen. Ich hatte gehofft, sie würde auf einem Drink bleiben. Einzige witzige Kaja, die ich kenne. Aber sie hatte wohl andere Dinge zu tun. Talana. Da war aber niemand. Ich muss jetzt gehen. Ich komme gleich wieder. Hiermit. Ja, ja, richtig so. Moment. Talana. Hey, keine Ahnung, wer das... Wer war denn nochmal Talana? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. So, wir müssen nochmal reden. Wir sind ja nicht fertig, mein Freund. So, Training. Val hat dir also einen Fokus gegeben. An mir sieht er nicht so gut aus, aber... Bei der Schmiede, was ich alles gesehen habe... Sicher auch viel schlimmer ist, weißt du. Das Ende der alten Welt und so. Ich versuche immer noch, das alles zu kapieren, aber... Ich hab nie ganz verstanden, wie du meine... Schwester im Sonnenreich gefunden hast. Jetzt verstehe ich es. Irgendwie. Ich hab das Gefühl, ich könnte nützlich sein. Weißt du? Es braucht seine Zeit, aber... Ja. Du weißt schon, womit wir es zu tun haben, oder? Als Val mir das erste Mal erzählt hat, dass sie von den Sternen kommen, dachte ich, er hätte zu viele von diesen heilenden Bären eingeworfen. Aber dank dir habe ich mich an den Anblick von Unmöglichem gewöhnt. Ich wünsche nur, sie wollten uns nicht immer umbringen. Ja. 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 Das ist ja großartig. Kannst du mir helfen, herauszufinden, wer sie sind? Sie irgendwie zu finden und aufzuhalten? Die Garde könnte Kettenkratz und Fahrlicht überprüfen, ob sie Vorräte durch die Orte transportieren. Aber wenn, dann sind sie bestimmt vorsichtig. Ja, und sie haben auch Fokusse. So können sie Wachen und Patrouillen leichter ausweichen. Warte. Als wir uns getroffen haben, hast du mich in Meridian gesucht, weil du mit deinem Fokus den von Olin aufgespürt hast. Richtig? Wenn ich mit diesem also zurück in den Schrecken gehe... Könntest du nach einem anderen Fokus scannen? Wenn ein Osseran einen davon trägt, gehört er wahrscheinlich zur Prometheus-Gruppe. Ja, sehr wahrscheinlich. Der einzige Osseran, der einen trägt, bist du. Gerade wahrscheinlich. Sicher. Sag Bescheid, wenn du was findest. Alles klar. Sag Bescheid, wenn du die Söhne des Prometheus im Schrecken findest. Ich spioniere die Rebellenlager aus. Sei vorsichtig. Die beiden haben mit ihren Fokussen anscheinend alle Arten von Nachrichten verschickt. In die ganze Welt. Wann immer sie wollten. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Es wäre nicht so gut, wenn meine Tante Alga wüsste, dass sie immer mit mir reden kann. Mir würden die Ohren abfallen. Tja, ja, das ist halt so, ne? So, dann gehen wir mal zu Gaia. Oh, komm, mit der kann ich nicht, wo wir da gehen. Willkommen zurück, Aloy. Wenn du bereit bist, verschmelze älter mit mir. Was ist das hier gewesen? Anschließend muss ich etwas Wichtiges mit dir besprechen. Was ist das? Eine Steuerkonsole für ein drungenbasiertes O-System, das mit dieser Kuppel verbunden ist. Das ist cool. Ich habe ja schon welche. Uh, okay, hier kommt das hin. Verbindet das Drohnenmodul mit dem Display in der Kuppel verbindet. Okay. Wir machen das Drohnen anschließen. Die Drohne ist wieder verbunden. Äh, welche? Ach, hier. Wir machen das so eine grüne Spal. Gefällt mir gut. Wie cool ist das denn? Warte. Okay, das ist ein bisschen cool. Okay, das ist auch nice. Ich habe richtig Bock, die Drohnen zu sammeln. Was ist das letzte? Oh, was mit Aussicht wäre geil. Äh. Nee, eher nicht. Dann doch lieber das erste. Okay. Reden wir mit... Achso. Kann ich gerade noch nicht. Das sieht cool aus. Hervorragend. Ja, das sieht schön aus. Ja, das ist das Gefällt mir. Gut, das ist ja ein bisschen, aber das sieht trotzdem schön aus. Äh, ich setze das erst mal ein, oder? Dann let's go. Und dann rede ich mit ihr erst mal. Eine ganze Weile wahrscheinlich. So, bitteschön. Das sollte ein bisschen helfen. So, was wolltest du besprechen? Als du weg warst, empfing ich eine ungewöhnliche Nachricht auf meine Eluthier-Frequenz. Hm? Eluthier? Eine Unterfunktion, die bisher unsichtbar war? Ja. Die Übertragung war so langsam, dass ich sie anfangs für zufälligen Datenmüll vor dem Hintergrundrauschen hielt. Bedeutet? Nachdem ich es dann bemerkt hatte, dauerte es, bis ich die Nachricht vollständig zuordnen konnte. SOS. Wohin führen sie? Zu einem Berg im Nordwesten dieser Einrichtung. Sei jedoch gewarnt, Aloy. Möglicherweise ist diese Übertragung echt. Aber sie könnte auch von jemand oder etwas anderem stammen. Du meinst, es ist gar nicht Eluthier? Bin mir nicht sicher. Hm. Fingerfalle. SOS. Ein Code der alten Welt. Ein Notsignal. Ein verzweifelter Hilferuf. Hä? Das riecht doch nach Falle. Warum schickt Eluthier eine kodierte Nachricht auf einer Frequenz, die nur ihr beide nutzen könnt? Das ist seltsam. Zu Vorsicht, um nicht entdeckt zu werden. Ah gut, das könnte... Zumindest sollte es so aussehen, als sei das das Ziel. Ich weiß auch nicht, warum Eluthier erwarten würde, dass ich das Notsignal überhaupt hören und darauf reagieren würde. Soweit Eluthier weiß, bin ich inaktiv. Also ist Eluthier entweder in Schwierigkeiten und sie hoffte, dass du da draußen bist? Oder jemand will uns an diese Koordinaten locken und tut so, als wäre er Eluthier. Zu diesem Schluss komme ich auch. Klingt nach ne... Ähm... Senev-Nummer. Könnten die Senev die Übertragung senden? Den Daten aus deinem Fokus zufolge, haben die Senev den anderen Gaia-Systemkern aus dem Hades-Versuchslabor. Möglicherweise haben sie daher Zugriff auf meine internen Frequenzen. Vielleicht... Wollten sie, dass du antwortest und deine... Position preisgibst. Könnte sein. Doch die Übertragung ist hochgradig atypisch. Wenn sie wollten, dass ich meine Position verrate, dann wäre die Nachricht doch wohl unauffälliger gewesen. Okay. Dann sind sie es wohl doch nicht. Hm. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Die Koordinaten führen zu einem Berg im Nordwesten. Was ist dort? Ich weiß von nichts in dieser Gegend, das von Bedeutung wäre. Okay. Und was ist mit der anderen Zahl in der Nachricht? 2, 3, 7. Weißt du, was das bedeutet? Laut meinen verfügbaren Datenbanken scheint sie keine größere Bedeutung zu haben. Vielleicht wird ihre Bedeutung erst bei den angegebenen Koordinaten klar. Okay. Ich gehe mal dorthin und sehe nach, woher die Übertragung kam. Ohne Hilfe! Niemals! Ah, wie schön. Ich stimme zu. Du solltest hier nicht allein vorgehen. Wenn es eine Falle ist? Klar könnte es eine sein. Nichts aber jetzt. Aber wenn es Eluthier ist, dann hat sie Ärger. Und ich muss sie zurückholen. Keine Angst. Ich bin vorsichtig. Wir begleiten dich. Elay muss aufhören, die Scheiße immer allein zu machen. Gut. Holt eure Sachen. Wir warten am Westausgang, falls du noch Ausrüstung verbessern musst. Elay muss aufhören, die Scheiße immer allein machen zu wollen auf Krampf. Sie hat Freunde und die geben sich Mühe, mit ihr mitzuhalten und ihr helfen zu können. Das muss sie selber auch mal begreifen. Elay. Oh, hier oben gibt es noch was. Frage über die... Achso, nee, das war das... Ah, hier. Gefährten. Wie geht es, Kotalo? Ich erkenne, dass der Verlust seines Arms ihn noch immer schmerzt. Kannst du da was machen? Obwohl er dies nicht geäußert hat. Ich könnte ihm bei seiner Genesung assistieren, wenn er interessiert ist. Einen kybernetischen Arm oder sowas, wenn das möglich ist. Das wird er sicher sein. Und wie läuft es hier so? So hat die Morphologie ihrer Landgötter studiert, um ihre Krankheit zu verstehen. Ohne die Fähigkeiten von Hephaestus bin ich leider nicht in der Lage, ihre Programmierung zu korrigieren. Jedoch sind So und ich optimistisch, einen alternativen Weg zu finden, sie zu heilen. Gut, bleib dran. Hm, das klingt auch gut. Raul und So scheinen gern Zeit gemeinsam zu verbringen. Das stimmt. Beim Studium der Alte Weltdaten entdeckte So Referenzen zu einem Lebensstil, der Vegetarismus genannt wurde. Hier gefielen die Ähnlichkeiten zu den Bräuchen der U-Taro und sie ermutigte Wahl, diesen Lebensstil auszuprobieren. Und wie war das? Sie stimmen überein, anderer Meinung zu sein. Okay, also Wahl bleibt bei Fleisch, finde ich gut. Oh, schön. Er gewöhnt sich zunehmend an den Gebrauch des Fokus nach anfänglichen Problemen. Ja, ist klar. Was ist passiert? Oh Gott. Bei dem Versuch, seinen ersten Fokus an seiner Schläfe zu fixieren, hat er ihn leider zerstört. Wie denn das? Aus einer Reihe von Oseram-Flüchen warf er den Fokus ebenfalls vor, Zierat zu sein. Oh, Gemeinheit. Hallo, der ist wichtig. Er wird versichert, dass dies nicht wieder vorkommen wird. Okay. Naja, gut, dass wir genug Ersatz haben, schätze ich. Ah, schön. Über die alte Welt. Also diese Anlage, die regionale Schaltstelle. Sie sollte das Terraforming-System überwachen? Für die lokale Region? Ja. Hätten die Menschen ihre Ausbildung von der Apollo-Datenbank erhalten, wären sie hierher geleitet worden, um die Operationen fortzusetzen. Da das niemals geschah, blieb dieser Ort ungenutzt. Bis Minerva sich hier niederließ. Also diente dieser Raum wohl der Beobachtung der Außenbedingungen? Ja. Von hier aus beobachteten die Betreiber der Anlage Wetter- und Maschinenaktivität in Echtzeit. Es könnte möglich sein, mehr Funktionen dieses Raums zu reparieren, wenn du weitere Kameras findest und wieder anschließt. Okay. Wenn da noch mehr Funktionen hier dazukommen. Wo kommen? Gaya? Wie war Elisabeth so? No. Ihre Präsenz ist durchwogen von meinen Erinnerungen. In dem Moment, als ich online ging, war sie da. Wir haben uns kennengelernt, begrüßt und unsere Arbeit begonnen. das war die erste konversation von vielen ich mochte ihre gesellschaft ich mochte ihre geschichten sie war meine schöpferin mein kompass seine freunde ja als ich die daten auf deinem fokus durch sah betrübte mich ihr schicksal ich bin froh dass sie es heim geschafft hat ich wünschte nur sie hätte nicht allein sein müssen es war für sie in ordnung sie hat alles gegeben nur sie konnte das danke also projekt zero dawn die größten geistert der welt arbeiteten am bau des terraforming systems während die ferro plage den planeten verschlang wie sah das aus das personal arbeitete in schichten rund um die uhr rohstoffe und technologie aus der ganzen welt wurden beschafft einen monat nach konzeption des projekts wurde ich gestartet und begann meine ausbildung elizabeth ermutigte mich zeit mit dem rest des zero dawn personals zu verbringen sie sagte es sei wichtig viele persönlichkeiten und perspektiven kennenzulernen um eine emotionale entwicklung zu fördern wie waren sie denn verängstigt hoffnungsvoll entschlossen sie rasten auf technische erhomenschaften zu die alles bisherige in den schatten stellen sollten ich verdanke alles ihre entschlossenheit wenn wir irgendwann in der realität mal so weit wären das war so toll eine forschungsanlage wurde in besitznahme durch sie rodan diente die anlage der entwicklung und testung hochmoderne computerviren es war anscheinend eine von vielen forschungsinitiativen von ferro automated solutions automatisierte tötungsmaschinen reichten wohl nicht hat wollte auch viren um sie zu infizieren vor einiger zeit vor der schlacht bei meridian ging ich in spanuch gebiet ich entdeckte dort noch eine ki ohne verbindung zu zero dawn sie sollte operationen für ein vulkan stabilisierungsprojekt kontrollieren und verbrachte die letzten tausend jahre in isolation ich schätze du wusstest nichts davon nein den daten auf deinem fokus zufolge was seien offenbar von der außenwelt abgeschnitten ein versuch ihrer schöpfer sie vor der ferro plage zu schützen könnte sie uns jetzt vielleicht helfen ich habe versucht sie zu kontaktieren ohne jeden erfolg angesichts ihrer erfahrung mit der annahme von netzwerk anfragen von außerhalb ist sie wohl nicht gewillt dies erneut zu tun klar denn beim letzten mal hatte fest dass sie versklavt tja echt schade ich glaube ihr zwei hättet eine menge zu bereden auf dem bollwerk war ein antiker panzer begraben unter einem haufen feldbrocken wie ist er dort hingekommen während der ferro plage griff das us-militär wieder auf menschliche soldaten zurück da maschinen unzuverlässig waren möglicherweise war das fahrzeug teil einer präautomatisierten kriegsflotte sie kämpften in dem teil gegen die ferro maschine bis der berg gesprengt wurde und sie alle begrub okay das war's ich sollte dann los wie cool also gehen wir jetzt zuerst zu diesem notsignal sehe ich das richtig quest wie geht der echoes mehr aus sand pausiert pausiert alles pausiert ich muss jetzt das notsignal machen ja ich muss das notsignal jetzt machen okay ah das könnte als nächstes ich wollte eigentlich jetzt erstmal aufhören shit ich bin ja neugierig wo sind ja die armen jetzt schon wieder hin oh gut zu wissen ich schaue mir das mal an wo wo was wo der hier oder ne das ist der jetzt die tür ist jetzt offen die hier ja ja was war das für ein raum das hier war als freizeitraum für das scheinstellenpersonal gedacht leider wurden die unterhaltungsmodule mit der apollo das wäre cool zu wissen was hier alles so drauf war auf den platten und wo kommen wir hier hin hier gibt's daten ein weiterer raum wofür da drin sind noch kisten wieso ah jetzt das soll ja nicht auf mich drauf fallen okay isen reed wechselt zu privatprotokoll also gut regionale schaltstelle 9 der anlagenentwurf geht voran wenn gaia sie endlich baut wird sie alles haben was nötig ist bis auf charakter also werde ich ihr noch mehr vom stempel aufdrücken ein paar schnirkel ein paar schnirkel angefangen mit diesem kleinen versteck august wäre begeistert davon er liebt geheime korridore sowie in alten englischen schlössern das er die er er die er 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 er